Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, mit mir den Kabin. Also, statt erreicht, geht weiter, ich weiß gar nicht, also kann mich nicht entscheiden. Das ist vieler Reizüberflutung, ist das da. Viele zu viele Häuser. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Oh mein Gott. Wo soll ich denn hin? Ich weiß das doch nicht. Wir werden schon irgendwas finden. So. Gut, wir fahren einfach mal durch. Und gucken, was da hinten noch ist. Ich brauche irgendwas Neues. Wie gesagt, diese Einkaufspassage, die würde mir jetzt gefallen, aber ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. Wir könnten auch noch mal kurz in der Schule. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ah, ich sag mal so, ein bisschen Bildung kann nicht schaden, ne? Und wenn ich mir nicht täusche, war mitten in dem Raum eigentlich, da war doch ein Sportraum mit Waffen, ne? Ich glaube, ja. Warte mal, ich mach mal kurz ein Bild. Äh, so rum. Dann mach ich immer hier so Katsching. So. Klick, mein dicke Katsching. Ja, ja. So, erst mal hier den Außenbereich abschecken. Hat sich schon mal leider lohnt. So, ihr könnt da eigentlich, werdet auch machen, scheiß drauf, wir haben doch Zeit. Uns hetzt doch keiner. Außer die Horde später. Aber wir müssen ja eigentlich bloß Munition herstellen und Spikes. Ich hab da Vertapsen gehört. Ja. Sieh ich schon wieder. Bleib doch mal jetzt ruhig, Mädel. Moment mal, ich hab doch... Uschi? Hä? Die ist so getarnt, ich seh die ja nie. Ich hab da mal eine Frage. Ich hab doch da ein Reflexvisier gehabt. Wo ist denn das hin? Könnte durchaus sein... Nee, ich wollt grad sagen, dass ich das verkauft hab. Durchau... Durchaus möglich. Ach, ich hab ja keinen Platz mehr. Jetzt weiß ich, warum ich das da nicht reingeschmissen hab. Gut. Sei das Problem wohl geklärt. Deswegen. Uschi, die Sache hat einen Haken. Ich mach mal hier eben auf Schraubemann und Söhne. Eine Batterie. Kein Dress. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt irgendwie gesagt, hab ich ja jetzt irgendwie gesagt, äh, eh, irgendwie Sachen übersehen sollten, ist es auch nie so wild. Äh, meine Waffen, warte mal kurz. Ich bin noch ein Reparier-Mensch. Und ich war so clever und hab das zuerst gemacht. Gut, dann mach ich das mal kurz. Alter, und das war doch fast fertig, wa? Kann das sein? Naja. Gut, ich geulich ja auch erst mal ab. Das dauert ja eh noch ein bisschen. Oh ja, da ist eine Batterie und Kühlkörper da drinnen gewesen. Das ist schon mal gut. Alter, und Benzin spießt. Gut, ist jetzt das, was ich am wenigsten brauche, aber hey. Warte, was hast du? Warte, Christen bist du nicht. Sag mal. Okay, ich bin jetzt auch der Hellste. Äh, ich hab ja jetzt, äh, sämtliche Mods verkauft, wa? Ich hätte ja auch hier in die Bohrmaschine vielleicht ein, zwei Mods rinschmeißen können. Jetzt ist es zu spät. Naja, nächstes Mal. Jetzt hab ich mich schon wieder so gedreht. Orientierung verloren. Gut, die nächsten Mods machen wir mal hierin. Globig ist ja nicht so eine schlechte Idee. Da schon wieder. Yes. Yes, ich kann. Der andere hört sich komisch an. So, das schiebe ich mal nach vorne. Gleich. Pam, 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 pam. Der Kabin ist unterwegs. Der Zombie-Schreck. Ich werde es mal ein bisschen erschrecken. Ich weiß immer noch nicht, ob das schon da geht. Also, mir kommt das so vor. Hallo. Ich bin bloß hier. Schule, technischerweise. Das ist da. Ich konnte gerade hier hörmäßig nicht so einordnen, wo das ist. Es sind mehrere Ecken. Gut, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Jetzt muss er alleine durch. Dit war dumm. Dit war so richtig ein Kabin. Aber hey. Türrahm, Kabin. Ein Türrahm, Kabin. Dit war mit Absicht. Alter, ich sollte echt wirklich vorsichtig sein mit dem Ding, wo ich hinschnecke. Und da ist noch nicht meine Mob drin. Alter, Alter. Und die ist grün. Hallo. Grün. Ich glaube damit, will ich es schaffen, das Haus so abzureißen. Dit sollte ich mir mal merken. Ich habe ja da noch ein Projekt zu Hause. Abreißen leicht gemacht. Alter, warum sind denn hier die Räume verschlossen? Ich denke, das ist ein Raum der Bildung. Hat nicht viel geholfen. Die haben hier im Spiel die Welt trotzdem kaputt gekriegt. Ist ja Apalypse. Ja, ja, ist doch gut. Ihr tut das, was ihr tun müsst und ich tu das, was ich tun muss. Lupen. Ich nehme da alles mit. Alter. Also, ich glaube, die Waffe ist in Räumen tabu. Und, äh, Zombies mäßig andocken ist der Druck nicht so gut. Aber trotzdem, der ist, der ist schon krass, ist der da. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also, der Blockschahn ist schon Ui, ui, ui. So, warte mal. Ich mach das mal hier. Will er alles clean? So, das nehme ich nicht mehr mit. Mal kicken für wie lange? Oh, halt mal. Da war doch noch was. Schaut das hier sehen? Ja, ja. Du schaffst das schon, Mädel. Okay, vielleicht. Der Hammer ist so allzweckmäßig. Kann das sein. Und ihr sagt, das andere ist halt so speziell für Holz und für Eisen. Also, ich wusste, dass das Werkzeug schon so ungefähr ist, aber eben halt, dass der Hammer eben halt ein bisschen mehr rinhauen tut. Also, je viel mäßig. Oh, hier ist keiner. Ist also, das ist testmäßig gewesen. Obwohl, ich bräuchte aber eigentlich bloß vergleichen. Blockschaden 150? Die Axt hat mehr Blockschaden. Ja, okay, ist auch lila. Der Ding hat weniger Blockschaden als eine Axt. Okay. Gut zu wissen. Ich wusste nicht. Also, kann ich denn auch eine Tür so kaputt kloppen? Ihr kriegt Eisen davon. Aber nicht viel. Na gut. Das war ein Test, aber das lohnt sich nicht. Der kann mal 60 Eisen. 65. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht. dann kann ich doch eine Tür so öffnen. Das stimmt nicht. Da ist schon wieder I. Wir schicken. Ich habe dich gesehen. Ich behalte dich im Ohr. Oder wird das zusammengerechnet? Also, der Hammer, der hat mal mehr Schaden. Obwohl, oh, was da steht. Also, obwohl da trotz, obwohl da was da steht. So rum. Hallo. Da. Das ging ja schnell. So, sie hat jetzt Kopfschmerzen. Warte mal kurz. Ich helfe dir hoch. Das machst du nicht nochmal. Ja. Gut, okay, ich habe gerade so überlegt. Na, jetzt müsste der Hammer bloß ein bisschen schneller sein, aber ich glaube, dann wäre er zu OP. Ich lobe, denn würde das Spiel schon ein wenig mehr zerstören. Der muss auch immer mäßig schwer sein. Ja, ist ja eigentlich auch realistisch, ne? Realistisch. Hier kommen die Knochen. Aber ich brauche die Knochen für Kleber. Klaus. Ihr kennt den alle. Güte brauche ich nicht. Habe ich schon. Wahrscheinlich gerade aktiviert, aber ist mir jetzt auch real. Total legal. Äh, lineal. Egal. Whatever. So. Ich sehe dich. Geh mal kurz in die Hocke. Alter, meine Bandscheiben. In die Brust. Es hat für ihn gereicht. Hallo. Will Mutschie. Hier helft ihr mal wieder. Die hat zwei Schlehe ausgehalten. Fantastisch. So, dazu auch ne Tasche. In der letzten Schule hatten wir aber mehr mehr, mehr, halt mehr, also, Bücher. So, ja, so, viral hat keine Chance gelegen, Es lebt! Pocht ruf! Jut, eins wie Schlehe mehr, aber ist doch alle Jut geklärt. Wo kam der denn her? Ist eigentlich ja. Also, der ist jetzt auch quasi, äh, viral geproofed. Made by Karbin. Oh, ey, Junge, tipp mal, mach mal so. Anfänger. Ich glaube, der Heuchtwart kommt von draußen rein. Entschuldigung. Ich glaube, der kam von hier. Hey, ein Bücherregal. Vor fünf Sekunden haben wir noch von dir gequatscht. Schön, dass du eingetroffen bist. Ey, schöne Spack getemmt. Das wollten wir doch schon die ganze Zeit. naja. Naja. Ey, die müssen doch mal langsam hochkommen. Ich verstehe. Wisst ihr, was die machen? Die denken sich so, nee, nee, mit denen ist, nee, gut, Kirschen essen. Hier kommen die hoch, wir holen die runter. Wir reißen einfach das Haus ab. Dann kann er mal semischnall unten ist der Kabin. Das haben sie bestimmt vor. so, 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 Jut, das ist dann eben halt die andere Schule gewesen. Aber hier sind wir erstmal durch. Ich hab erst gedacht, Schule und das ist genau die Schule, aber ist sie nicht. Alter, da drüben ist offen, Alter, du bist schal, bist du Mädel. Die hat uns ausgetrickst. Links hier blinkt, rechts abjauhen. Eigentlich rechts hier blinkt, links abjauhen. Aber hey, pscht, ist keiner. So, Jut, das haben wir auch durch, Uschi. War nicht so besonders, aber ging. Es ging. jetzt muss man kurz mal kontrollieren. Wir sind ja hier. Ich wollte ja eigentlich mal hier nachschauen. Weil ich lobt, das ist wirklich eine Stadt, hier zusammen gehört. Und wir wollten ja eigentlich generell erstmal hier die Karte aufdecken. Das ist dein nächstes Ziel, aber wir suchen uns noch mal hier aus. Einer geht noch. Also wir haben noch in zwei Sachen zu lüten. Also ist das jetzt richtig? Wenn wir gucken. Nee, die kann nicht zusammenfassen. Das ist nämlich eine große Straße. Die gibt jetzt in zwei Städte. So dicht nebeneinander. Gut, hier ist aber alles kaputt. Hier ist ein Bergwerk. Hatten wir eigentlich auch schon lange nicht mehr. Aber wir waren auch schon jetzt zwei, dreimal unter Tage, wa? Alter, wenn du überlegen tust, wir könnten hier so viele aufdecken noch, also machen tun, da stelle den einen Stein Eisenblock zu. So groß ist mein Inventador ja nicht. Die müssen jetzt überlegen, ich hab schon groß jetzt. Naja. Was ist denn das? Oh, Alter, ist bloß ein Schattenkabine. Eine alte Feuerstation. Wir hatten doch sonst immer bloß die modernen gehabt, ne? Ich mach das mal leiser. Autsch. Ich glaube, wenn so die Anzeiten war mal neujahr nicht oder selten. Wartet doch nie. Von hinten von vorne ihr habt jetzt noch noch jetzt kommt auch noch auf einer von da. Sorry doch. Ich weiß zwar nicht wie, aber na gut, wir haben uns jetzt infiziert. Ist aber nicht das Problem. Ich glaube, in Uschi ist Honig. Ich glaube, da hat man was reingepackt. Also ganz ruhig alles. Klar, kein Problem. Ich höre schon die nächsten. Gut, dann kann ich die Funze anmachen. Spüle. Spüle leiser. Dankeschön. Tut mir sorry. So sorry. I'm so sorry. Weiter wiss ich nicht. Ja, hier. Volle Montur. Oh oh. Oh oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir die ganze Zeit jetzt gerade einen Hammer benutzen und wir kommen eigentlich ziemlich gut durch. Ob das irgendwie rar ist oder nicht. ich möchte bloß mal erwähnt haben, ne? Ich wusste ja nicht, ob sie wussten. Ja, das macht schon was aus, wenn du hier ein bisschen mehr Ausdauer hast, wa? So, wir wissen, das Lämpchen, äh, das Lämpchen bringt den erwollten Stuff. Also, ja, wenn wir da kloppen. du willst mich verarschen, abkloppen geht schneller. Okay. Will aber dir lernt. Nicht die große nehmen, aber nicht die große. was? Achso, von der Seite, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ist doch gut. Ach, ich kann ja schon mal clean machen. Das ist ja immer noch nicht fertig. Das dauert ja nicht weiter. Ich bin nicht leid. Ich war schneller. immer noch schneller. Oh. Am schnellsten. Der ist ja langsam gewesen. Und dit als Sportler? Na, Junge. Hättest sie ein bisschen mehr anstrengen müssen. Hä? hä? Dit is allet? Ist doch nicht allet. Wo je dit hier oben dach hoch? Ich kann mich erinnern, ich glaube, die mussten nie hier hier dit war. auf auf jeden Fall ist da mal eine Tasche. Holzknüppel. Alter, das wird ja immer besser. Ja, ja. Hä? da schenken die uns einen Holzknüppel. Wat soll denn dit? Wat soll ich denn damit? Dit bringt uns so ja nischt. Hallo? Ich sehe da wat. Na, Junge, da werd ja beinah über zieh hinaus gestolpert. Das ist alles. Nee. Geh mal da. Da wird gleich was rauskommen. Geh mal kurz in den Hocker. Boah, Jens. Hä, wo willst du denn? Aber das ist doch nicht der Einzige gewesen. Ah, nee, da ist eine Tasche. Na gut. Dann werde ich mal hier runter, wa? Es kommt keiner. Alter, einfach mal die Klappe halten. Warte. Wenn du dran bist, bist du dran. Wie Prinz. Juhu. Juhu. So, na gut. Dann sind wir schon mal wieder fast geheilt, wa? Wo kommen wir denn hier hin? Ach, das ist doch alles Mooks. Ich hab ja jetzt gedacht, hier geile Zeug und so. Ich rutsche hier runter. Do you go? Das passt aus. Ich hab es gefunden. Alter, ein Pflug im Arsch geschossen. O, 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 o. So, warte mal. Ich mach die mal gleich. Oder erst mal sie. Das war ja so klar. Sie hat mich gekratzt. Die blöde Pudi. Was ist das? Oder soll ich das? Da hat die mich gekratzt. Da ist ihr Ding. Da ist der Hobble. Die war klein. Also, ich würd mal sagen, so richtig weit werden wir mit unserem Inventar nicht kommen. Aber das war ja klar. Das war uns allen klar. Ein Kabi muss lupen, was ein Kabi lupen muss. Die Nase. Munition. Alle Hohl. Nimm ich nicht mit. Krieg jetzt hier. Na gut. Das könnte uns schlechter treffen. Aber Philipp besser auch nicht. Also, Philipp besser schon. Aber schlechter. Nicht schlechter. Also, nicht viel schlechter mehr sollten tun. Hä? Gut, ich würd mal sagen. Hier sind wir erst mal durch, wa? Da. Sie fix. So, da nee. Da ist nichts. Nichts. Na gut. Dann nehmen wir mal hier raus. Das war schon nicht schlecht. Wir haben ja in zwei Sachen gekriegt. Alle, dude. Wuschi. Kommen Sie mal bitte her. Woher kommst du mal bitte her? Ich hab da wieder in zwei Sachen gefunden. Also, musicianstechnischerweise ist das ja nicht mehr so schlecht. 700 so. Und wir haben nichts umgewandelt. Also. Es ist schon nicht schlecht. Aber hier, die Munition sieht uns aus. Wie gesagt, ich sollte mal ab und zu mal die benutzen. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich davon mal eine bessere finden würde. Das sieht nach Kohle aus. Ich glaub, da ist was drin. Und wenn nicht, dann nehmen wir hier in die Hotel in die nächsten Folie rein. Wir machen jetzt noch das Haus. Shit. Jetzt noch, wie soll ich denn da hinterher hoppieren? Ich treff den davon nicht aus. Schlauch, ich bin aus Hasenjagd. Ich hab ihn. Von Tumbo. Das ist schon ein bisschen brutal. Ich werde den auch nicht hochsammeln. Ich weigere mich. Nur weil das Spiel das unterstützen tut, muss ich das nie mitmachen. Entschuldigung. Hey, da ist ja ein riesen, riesen Loch. Moins. Und tschüss. Hier dürfen die eigentlich kleine Probleme haben, rauszukommen. Immer Warnschüsse. Dass sie gleich wissen, mit wem sie das zu tun haben. Oh, der kann nicht schießen. Ich mach mal ein bisschen langsamer. So, so ungefähr. So ist das. So, warte mal hier. Shit. Mysterium. Mysterium. Also das hier auseinandernehmen und Stahl. So. Stufe 2. Eisen bekommst du keinen Stahl. Ich seh das doch. Das ist ja nicht, wo ich das hier seh. Da hieß es nämlich, wenn du die auseinanderrauben tust, kriegst du Stahl. Es stimmt nicht. Du kriegst Eisen. Wenn du überhaupt was kriegst. Da. Ihr schmiedetet Eisen. So, warte mal. Ich warte mal kurz hier. Da ist keine. Da ist auch keine. Also noch. Hm? Sie schon, Willa. Das hatte ich auch schon mal. Geh mal Willa rin, Planschen. Oder irgendwie halt nicht. Mhm. Das ist versteckt. So. Ich mach mal hier zu. Klappe zu. Affe tot. Aber die bloß drei Stück. Dit war ich meint. Aber für drei Stück. Also so knauserig bin ich nun auch nicht, ne? Ich muss jetzt auch keine drei Stück mitnehmen. Okay. Ich will zwar Munition ohne Ende, aber so dringend hab ich es auch nicht. So, warte mal. Ich bau das mal hier auseinander. Dann hab ich doch hier viel mehr raus. Viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt eh ihn kriegen würde. Aber das ist wieder dieser Vorführeffekt. Reparierkits. 38 Stück. Ist doch schon ja nicht mehr so schlecht geklebt. Moment, ich muss mal kurz hüßeln. Brezel, da bin ich wieder. So, und gib mal. Wenn er dit auseinander schrubbt, krieg ich da drauf noch ein bisschen mehr. Oder? Ne, auch bloß drei. Ich hätte das gedacht, dass wir da mehr bekommen. Hab ich mich wohl getäuscht? Naja. Komm vor. Oh, und jetzt krieg ich auf jeden Fall die Hüsten. Entschuldigung. Ach, Klee, Moment. Ich muss mal kurz. So, da bin ich. Oh, will er. Ich muss mal kurz was trinken, weil dit hat gern schon ne Kratze da jetzt. Äh. Ich weiß nicht, ob dit so gut war. So, hier sind die hier draußen. Und die kapiert. Da ist er. Bleib mal ganz ruhig, Mädel. So, wo ist dit jetzt dit Rezept? Hä? Mir war eben so, als ob dit so angezeigt worden ist, als ob ich dit noch nie hatte. Hab ik mir wohl eingebildet. Naja. Denn ist dit im Teil so, ne? Machst du erstmal nischt. Genauso finde ich nischt, wie in der Kiste grad war. Und dit würd sich nie ändern. Warum denn, oh? Ik lupp, die sind durch. Ik lad mal nach. Oh, jetzt! Sie ist verwirrt. Und ik nutz dit aus. Ja. So muss dit sein. Oh, oh. Fast schon wieder. Uh, ha. Hm. Warum wird denn dit so angeleuchtet? Hätte ja sein können. Ik wolltet mir ein bisschen leichter machen. Kicken, ob da irgendwas ist. Aber war nicht. Oh ja. Gut. Dann werd auch jetzt kaputt gewesen. Aber hey. Außenwand kann doch ja noch Steinkabin. Hm. 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 Munition. So, hier ist bloß ein Klo. Hä? Achso, hier geht dit weiter. Ik wollt grad sagen, dit kann noch nie alle sein. Alter, dit ist schwierig. Hier siehst du überhaupt nichts. Null. Hallo? Ik lupp, ik brauch nischt sehen. Ik wil nischt sehen. Na gut. Dit übste nochmal. Nö. So, wartet mal hier nochmal schnell nachschauen. Die Zeit nehm ik mir. Und wenn nicht, später will er wegschmeißen muss. Aber da machen wir uns im Kopf, wenn's soweit ist. Gut, gut. Also. So, wat haben wir hier? Oh, ik hab'n Rezept. Und noch eins. Hat sich doch schon beleid gelohnt. Dit hat sich gelohnt. So, haben wir dit schon? Nee, haben wir noch nicht. Nee, Mama. So, hab ik schon. Ja, und dit ist, haben wir nämlich schon. Moment mal. Wenn man... Ach, ik hätte mal dit behalten sollen. Wenn ik die Quest benutze, äh... Äh, fertig gemacht hab, damit ik dit schon benutzen kann. Hab ik in mein Auto een Verbandskasten? Ik hoffe schon. Anders krijg ik dit niet weg. Glaub ik. Ah, ik glaub dat war een Verbandskasten link. Hey, daar is dit nächste. Ha, dit nächste fertig. So. Da haben wir een Peral. In die Fuß. Oh, ik hab nee nachgeladen. Haha. In die Hoden. Ach, hij had je eigenlijk niet meer. Dit war nee met Absicht. Was? Was? Was war das? Sollte dit so sein? Hm. Einen Klo. Ehrlich gesagt, könnt ik dit ook mal langsam gebrauchen. Und zwar in real leben. Ey, ik hab da grad rumgeballert. Ik hab da nie gehört, oder wat? Hm. Leeg, Moment. Alter, weiter. Het wordt ook echt tijd voor een kleine Poesie. Maar wie gesagt, ik moet een stukje hier nog doorheen. Ik kan gewoon netze voor de kleine Stücke. Nee, nee. Dit maken we nog fertig. Ja, is toch goed. We hebben het ja gleich geschafd. Maar ik zeg maar zo. Loot technischerweise waren dat twee jute Folgen. Weil wie gesagt, ik mach jetzt da zur Zeit immer so twee, drie Folgen. Aufnehmen. Also ik wil dit jetzt niet meer zo maken. Also ik versuch het. Ik heb ja sonst immer so vier, fünf, sechs Folgen opgenomen. Dit is blöd. Mal kicken. So, nachladen. Na ja, zur Not. Hallo. Ui, ik heb er aber schmiert. Ja, ja. Warte mal, da war ein Kotzer. Ik heb dat er hinten in den Nacken gespürt. Boah, Alter. Die hat zich durchgemogelt. Alter, du, Alter. Kotzer. Moment, Moment. Nein, 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 nein. Oh, die war er als eke. Dat waren ja schon knapp. Der standen mich kurz vor der Explosion. Kabin hat er wieder kabinmäßig gelöst. So, ik sollte mir angewöhnen, vorher immer oben dit zu looten, weil dit Spiel mag dit auch ab und zu mal daneben zu kloppen. Ja. Dit is schon mal jut. Dit werd ik ook, äh, offline schnell umstellen. Weil, wie je sagt, ik misse mal ganz dringend auf Toilette. Alter, und wir sind jetzt schon bei 14 Minuten. Dit is schon wieder Wahnsinn. Dit wollt ik doch ja nie. So viel dazu, ik zie dit schon durch. Ihr seht, wie jut dit funktionieren tut. Nämlich ja nicht. Also, ik glaub, ik kan dit sein lassen. Dit wird immer ein bisschen länger und ein bisschen drüber gehen. Aber ik bin nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Na jut, Leute. Also, wir haben dit geschafft. Ähm, ik hoffe, dit hat euch gefallen. Und ik hoffe, wir sehen uns dann quasi morgen, äh, Villa, wenn wir, ja, hier, Chaos weiter. Naja. Gut, ik bin dann erstmal raus. So, tschü!